servus und diesen kleinen clip geht es um das gold da habe ich jetzt auch schon ein paar wochen nicht mehr drauf geschaut irgendwie das entzieht sich mir völlig ist der monatschart und das erste was mir auffällt ist wir sind auf hohem niveau gehen wir noch mal weiter wir sind oberhalb des oberen bandes des oberen burninger band es schließen im moment ja mal ein paar tage sind da momentan oberhalb des oberen bandes mcd völlig in ordnung steil hoch aber und zwar auch historisch gesehen recht hoch schon aber wir sind ja auch auf einem uncharted territories wir sind ja hier auf dem all time high ist doch hastig auch sehr sehr hoch aber ohne irgendwie ein signal von schwäche also auf monatssicht kann ich sagen es ist in ordnung vielleicht ist der die distanz zu 200 monats linie ein bisschen hoch 1000 punkte aber das soll mich jetzt erstmal nicht weiter stören muss ich ganz ehrlich sagen gucken wir mal auf die woche die woche ein bisschen mehr ran natürlich auch hier all time high auch hier über dem oberen wochen band bekommt gerade eben über die traditionelle sichtweise noch mal kaufsignal auf normalen niveau das ist aber auch in ordnung und ist doch hast du gerade auch noch platz schaut mal wie hoch die hier war was haben wir davon überwägung gehabt das ging hoch bis 19 36 von 300 punkte nicht viel und dann war das ding richtig hoch also auch hier von der technik her hat das gold noch platz auch hier mag der abstand zu 200 wochen linie bisschen hoch erscheinen aber noch mal dass ich gucke da drauf ich nehme es zur kenntnis aber daraufhin würde ich keine position auf oder abbauen so jetzt geben tag auch das tagesband über boten mit schlusskurs new territories das nichts zu wollen liegt nach wie vor sauberm macd weiterhin nach oben gerichtet und schaut auch mal hier wie hoch das hier war das hat also diese diese balken hier die haben schon eine bedeutung und auch wenn das doch hast du hier alles in ordnung überkauft ja vielleicht ein bisschen warm gelaufen aber das war es auch was mir ein bisschen auffällt ist dass diese unterstützung hier bei 2278 scheint mir recht wichtig zu sein und dann haben wir dann noch hier so einen kleinen trend kanal gehabt der ist ja der geht von hier einmal zweimal und der ist ja nicht groß das sind ja nur wenn ich das richtig sehe was sind denn das das ist ja machen wir mal die 24 24 94 das sind 140 punkte und den verlässt jetzt auch das heißt es ist jetzt hier seit dem 9 juli eine relativ enge range gewesen jetzt geht er halt da oben drauf sieht für mich alles weiterhin positiv auf ich habe keinen verkaufssignal kein ich bin extrem überhitz signal nichts dergleichen deswegen da muss ich ja ein bisschen basteln mit den scheinen komm her 2226 das ist ein hebel 9 2226 da liegen wir so in der nähe der 200 tage linie aber unterhalb von dieser unterstützung finde ich zwar schon grundsätzlich nah genug dran aber wer es ein bisschen heißer will der kann etwas höher gehen bringt ihm nicht viel im hebel vier punkte aber dass die 2309 da sind wir unter der eben angesprochenen seitwärts bewegung hier drunter und auch noch unterhalb des unteren bandes finde ich reicht völlig aus näher traue ich mich da nicht ran bei der suche eines putz tue ich mich echt schwer denn ich habe weder auf monats wochen tages sicht irgendwo ein verkaufssignal ich kann das jetzt hier mit den new territories nicht beziffern ob wir auf 255 gehen 2600 2650 kann ich nicht sagen ich habe mal einen weggenommen der bei 2755 ist aber es gibt keinen grund für ein einstieg da momentan den kann ich mir überlegen dann kann ich aber runtergehen hoch mit dem hebel runter mit der basis wenn wir die 20 tage linie unterbieten oder gar hier diese unterstützung bei 23 52 vorher nicht vielleicht mal zum absichern von positionen also ich finde das gold sieht nach wie vor ganz gut aus ist jetzt nicht mein lieblings investment gebe ich ganz offen zu ich versuche am dienstagmorgen für über nass tag zu machen muss ich mal schauen ob ich das hinkriege ich habe eine ziemlich stressige bau von mir ich wünsche euch ein happy trading und fette beute bei bei